ja hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge fishing planet wir sind diesmal in alaska unterwegs der patch kam heute ganz frisch und jetzt wollen wir natürlich erstmal so die einzigartigen zusammentragen ich wollte euch jetzt mal kurz den silberlachs vorstellen einzigartig zeige ich mal kurz meine ausrüstung also ich habe mir jetzt erstmal so ja die beste route gekauft die man sich so kaufen kann die rivertext 270 aber ich denke mal man kann es auch mit der kleineren rivertext machen michael ja ich denke mal silberlachs ist da nicht so das problem genau denn die sanders bin 5500 mit der kann man auch wirklich sehr weit werfen also ist wirklich super auch die crankbaits die mediums boons und kann man wirklich sehr weit auswerfen ja floh habe ich jetzt erstmal die dickste rauf geknallt da könnt ihr aber auch die 5 5 oder ja für silberlachs reicht auch die 0 5 aus ja wichtig der köder 2,5 meter crankbait 5 0 haken ja und dann quasi gehen wir mal hier an auf die karte bei der jagdhütte spawnt ihr ich kann das einmal kurz mit euch mitgehen hier damit ihr wisst wo ich wo ihr hinlaufen müsst so ihr seid jetzt hier bei der jagdhütte und dann geht ihr mal also ich sagen jetzt gerade bei sonne diese berlachse und ihr seht ja hier zum beispiel auch die kurve geht halt von ganz früh morgens ganz steil runter und dann später am abend wieder hoch dann geht ihr quasi hier am ufer komplett einmal lang bis ihr denn nicht mehr weiter gehen könnt aber bei wolke hast du noch nicht geangelt oder bei wolke nicht bei sonne bei sonne jetzt um 19 bis 20 uhr ok dann probieren wir mal wolke müssen wir dann noch austesten so gehen wir mal hier einmal durch ja hier vorne ist zum beispiel auch der spot auf dieser einen halbinsel hier für die keter keter lachse aber dazu kommen wir später die keter lachse gibt es auch ein einzigartig auch für den königslachs der königslachs ist der schwerste einzigartige hier und dann gibt es noch glaube ich zwei einzigartige forellen und jetzt gehen wir quasi an den punkt hier kann man auch die königslachse angeln also auch kein problem so dann kommen wir hier irgendwann nicht mehr weiter stehen hier direkt neben dem baum und kommen hier nicht mehr weiter dann seht ihr am anderen ufer drüben ist quasi hier vorne die kurve dann kommt so ein abgestorbener baum dann links daneben also eine birke dann zwei tannen und rechts daneben ist auch eine birke und ihr werft jetzt quasi einfach mit dem crankbait auf einer geschwindigkeit auf die beiden tannen und dann einfach durchziehen so und dann würde ich sagen probieren wir jetzt mal kurz ein bisschen und wenn der uni bei ist dann würde ich das dann wieder zusammenschneiden dass ihr jetzt hier nicht die ganze zeit mit gucken muss wie ich hier mit einer geschwindigkeit den crankbait hier durchziehe ja was ganz auffällig ist in alaska es gibt hier so strömende gewässer und also richtig viel strömung deswegen treibt das auch immer alles so ein bisschen links rüber also ihr seht ihr zum beispiel wie mein crankbait auch so ein bisschen links rüber treibt und ja da muss man dann immer mal ein bisschen gucken vielleicht dann auch die route mal so ein bisschen rechts halten oder so dass man so ein bisschen gegensteuert also bei sonne wolke bei diesem mix wetter habe ich auch schon die königslachse gefangen das kann ich auch bestätigen ich halte mich da jetzt gerade mal so ein bisschen noch so an die bis zeiten werfen gleich noch mal aus also viel tief viel tieferen crankbait braucht ihr hier glaube ich nicht nehmen weil das wasser doch recht flach ist ne vielleicht mal eine andere farbe probieren ja genau farben kann man ja mal durchtesten vielleicht beißen die bei den anderen farben ein bisschen besser ja die bisse sind meist so bei 30 meter um so einem dreh bisschen drüber bisschen drunter würde ich sagen hole ich jetzt noch einmal ein und dann schneide ich das näher zusammen wenn ich den dran habe gut geld gespart also in game geld ne ja klar wenn man wenn man die dlc sich holt und sage ich mal das geld dafür hat ja klar warum nicht neun euro sind jetzt auch nicht die welt aber ich weiß nicht wollte mir das jetzt nicht so unbedingt du ich habe ich habe extra bis 24 gespielt genau für diese situation und auch das geld zusammengefahren bei dir ist das ja sowieso bei dir ist das ja sowieso dass du das nicht brauchst ne du kannst ja mal nach dlcs fragen für eine verlosung ja habe ich schon habe ich schon aber haben noch nicht geantwortet ja klar wir müssen jetzt erst mal überlegen die olga na bleib oben bleib oben bleib oben oh er bleibt oben oh ja sieht doch ein bisschen größer aus sieht ein bisschen größer aus als der andere vorhin bremse knattert oder sie wirklich groß aus der sie wirklich groß aus oh ja bämm 13,398 kilogramm junik silberlachs was für ein schönes exemplar ich halte mal so ein bisschen in die sonne dass ihr dem was hier so ein bisschen beäugen könnte er ist auch knapp über einen meter so dann mache ich mal ein screenshot hier nochmal auf behalten und gucken mal wie viel gold er bringt so fisch 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 der bringt 23 gold also in ordnung ja gut das war erstmal so mein guide zu dem unix silberlachs den wir bisher erst mal nur mit dem crankbait gefangen haben und ja und dann viel spaß oder so nochmal vielen dank an miguel kein problem und dann ja auch noch mal danke an den manni der hat das herausgefunden mit dem crankbait ja und dann bis zum nächsten guide beziehungsweise nächsten fishing planet video tschüss euer ander waterfrank